So, dann wollte ich jetzt noch die Computer hier reinwerfen. Jetzt fehlt nur noch 6. Haben wir gleich. So. Okay, jetzt haben wir aber alles, oder? Ich dachte gerade, ich stürze runter. Okay, so, jetzt klettern wir mal hier hoch, also, 300 kommen an, werden dort aufgeteilt. Gut, aber das sieht doch schon mal ganz schön aus. Und wie voll sind die jetzt hier schon? Hier unten sind sie noch nicht. Okay, also es füllt sich, aber jetzt nicht extrem schnell. Was ja erst mal schon mal gut ist. Ziel sollte es jetzt also als nächstes sein, noch mehr von diesen Schmelzbauten hier zu errichten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt gehen wir aber vorher erst mal schnell. Vorher erst mal schnell gucken, was die modularen Rahmen machen. Yay! So, warte, ich check vorher noch mal kurz, wie viel Plastik ich habe. Weil nicht, dass das jetzt bei den letzten sechs Computern genau daran hapert. so, wie viel Plastik ich habe? Es kommen keine Platinen mehr Ich vermute, das liegt am Kunststoff Ja, okay Also ich muss gleich auf jeden Fall Kunststoff holen Dann Pass auf Ich hole erst Kunststoff Und Dann gucke ich, wie weit die stabilen Modularen Rahmen sind Wie viel Platz habe ich im Inventar Viel zu wenig Muss ich gleich erst mal Nochmal leer machen, dafür haben wir ja hier Diese lustige Kiste Ich baue mal lieber Noch einen Ähm So, dann will ich noch die Alien Organe und die Panzer abgeben So wie das Holz So, und jetzt Hole ich Kunststoff Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich doch schon sagen Ich habe hier ein bisschen einen Ich gehe jetzt mal darum, ich habe ja hier Ich gehe jetzt hier, ich gehe jetzt aus dem Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Und zurück. Und zurück. Da ist er. Die Sau. Oh. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück.